Whisky Jason hier. Hi, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners. Heute bin ich in Schottland, genauer gesagt bei Glengarry. 15 Jahre. Da steht Sherry Cask Matt Shirt, also Oloroso Sherry Cask. Yay, und wenn man ganz genau hier hinschaut, steht denn da Exclusive to Travel Retail. So, Travel, da steht, to the Global Travel Retail, Global Traveler, Entschuldigung. Also, wir haben 53,7%. Das ist der Whisky, der wahrscheinlich am häufigsten empfohlen wurde, den ich noch nicht im Glas hatte. Kostet um die 80 Euro, Whisky Base Nummer 72508, nicht Kälte vertritt, quasi Faschstärke bei dieser 53,7 und ich habe mir eine Flasche gegönnt. So, ich hatte bisher immer ein Sample, irgendwo, irgendwann mal, aber ich habe gedacht, naja, normalerweise meine richtige Flasche kommt hier auf diese Seite, deshalb machen wir das genauso. Ich habe diese Flasche, wie ich sagte, so häufig, so häufig, so häufig empfohlen bekommen als Sherry Bombe. Und von daher werde ich das auch jetzt hier vergleichen mit einer Sherry Bombe, die ich zur Zeit habe. Das ist, und da ist diese Knallfarbe jetzt hier, Glen Rothes Whisky Maker's Cut. Wir sind allerdings nur bei 48,8%. Wow, meine Augen heute. Ja, genau. Ich habe noch nicht ein Buch hochgehalten und sagte, da wird nichts mehr. Da brauche ich meine Lesebrille. Scheiße ist es manchmal, alt zu werden, aber so ist das. Also, wenn man zu eitel ist, die hier aufzusetzen. So, für alle, die noch jung sind, genieße es. Denn jeder wird irgendwann alt. Also, so, die Verpackung sieht doof aus. Die Flasche kann man hier lassen. Ja, Glen Rothes und ich, wir sind keine dicke, dicke Freunde bisher. Manches davon ist gut. Allerdings, diese Flasche hat mir schon angetan, muss ich schon sagen. Die ist schon cool. Und jedes Mal würde ich hier ausschenke, schenke ich mir viel zu viel. Diese Rundung ist ein bisschen, fühlt sich für mich wie ein Blanton Gold an. Und ich habe irgendwie das Gefühl noch nicht, wie ich hier ein CL rein tue. Ich tue immer grundsätzlich zwei CL da rein. So, ähm, kostet auch ein bisschen weniger. Uh, das ist eine gute Frage. Was kostet die denn da? So, äh, Glen Rothes, äh, kostet 63 Euro. Und der, der Glen Geary, kostet hier 78, äh, 50. So, wie ich sagte, knapp 80 Euro. So, wir machen den auch noch hier auf. Also, uncorking live hier vor der Kamera. Du, 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 du. So, ach, ein bisschen schwach, muss ich sagen. Von plopp. Aber so ist das. Ähm, ich freue mich darauf. Ich hoffe, dass ich tatsächlich hier eine tolle, ähm, Flasche hier, äh, gefunden habe. Blendeary hat immer ein bisschen, ein Haufen Rauch für mich. Das ist schon cool. Also hier haben wir diese dezente, edlen, braun, beige Farben. Und dann haben wir da Disco Farben. Boom, boom, boom. Rot mit schwarzen. Seht, wie eben die Fußballvereine aus. Den mal einfach mal. Und, und das zusammen in die Kiste hier rein. Das ist echt, ähm, sogar Feuerwehr, rot, Ferrari, rot, wie auch immer das so ist. So, meine Nase. Uh, nice. Also, und hier? Oh, also, hier ist eine vanillige, süße, Sherry aufges- auf, wie eine aufgespritzte Sherry Note. Ihr versteht, wer, wer schon länger dabei ist, versteht genau, was ich damit meine. Es ist nicht eine alte, schwere Sherry, ja, sondern das war eine, ähm, wie heißt sie nochmal? Die, nicht, die, 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 nicht Season, sondern ich glaub finished oder irgendwas. Die tun einfach ein bisschen Sherry rein, rollen die, sag mal fünfmal rumlassen, ein halbes Jahr oder fünf Wochen da sitzen und dann tun sie nachher Whisky rein. Da war, wurde noch nie Sherry drin gereift und man versucht so schnell wie möglich, da eine tolle, maximale Sherry Note rauszukriegen. Kriege ich bei Tamdu manchmal übrigens auch. Hier drüben bei der Grangeri, da habe ich eine, eine dunkle Note, eine, eine Waldhonig Note. Der Sherry ist nicht unbedingt super präsent, sondern das ist eine, 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 eine Kieferwald, in dem ich im Wissen bin, mit ein Sherry, eine dunkle eher, ja genau, oder Loso, Sherry Note dabei. Hm, nice. Wie ich schon sagte, 53,7 gegenüber 48,8. Beide krumme Zahlen, wer weiß wieso, warum, weshalb. Ich glaube, ich habe schon gesagt Whisky Base Nummer 72508, weil es noch nicht, denn ja. Also, ähm, das ist schon immer ein bisschen Understatement. Da, ich sehe jemanden, der, so, das ist der Professor, der sein Tweet Jacket an hat. Das ist einfach mal richtig, richtig, ein bisschen edel hier. Ähm, ist so eine nette, nette Verpackung. Ah, es 1700 ist immer wieder drauf mit dem Gründungsjahr, das muss 1797. Ja genau, hier oben, irgendwo war es immer auf der Packung dann da drauf. 15 Jahre alt. Alles matured in the finest Oraloso Sherry. Ju, warum nicht? Also, ähm, auch hier, der Bilde, die, ich weiß es nicht. Das, wie auch das hier, ist schwer deutlich zu machen. Also, das ist, das hat sich nicht so schön auf diese Beige abbilden lassen. Ich habe das Zeit gegeben. Ist halt jetzt hier ein bisschen Zeit im Glas gehabt. Nochmal. Ich krieg immer noch ein kleines bisschen, was ich noch nicht erwähnt habe, die ganze Zeit in meinen Kieferwald mit einem Sherry im Glas in der Hand. Äh, die tiefe, alte PX Oraloso Sherry. Ein bisschen, ähm, Milchsäure. Und hier krieg ich die ganze Zeit hier eine Sherry Note bis hinzu. Und das ist auch der negative, als Ansatz hier, eine Radiergummi-Moment. Also, ja, und dann, äh, ja, also hier ein bisschen künstlich, ein bisschen artificial, ein bisschen, ähm, nicht echt. Und hier habe ich ein kleines bisschen diese Säure-Moment, wo ich sage, auch nicht unbedingt perfekt gemacht. So. Also, cheers. Slanche. Und ihr dürft immer auch Slanche wahr sagen. Für mich würde es sich echt manchmal einfach mal interessieren, wie viele Leute trinken mit. 3%. Meine Vermutung ist, es liegt bei ungefähr 3%. Haha. Ich nenne einfach ein Zahl von 3%, die tatsächlich hier mittrinken mit diesem Whisky. Dass du den hier hast, weil es nicht angegeben wurde im Titel, zweifelig sehr stark. Ich glaube, es gibt nochmal 10-15%, die irgendetwas mittrinken, wahrscheinlich. nicht, aber ich glaube schon 80-85%, wenn nicht 90%, schauen meine Videos einfach so an, ohne denn ein Glas Whisky, ähm, vor sich zu haben. Ist nicht schlimm. Ist alles erlaubt. Ich kenne diesen Geruch irgendwo herrn. Ich bin bei der deutsche Whisky irgendwie, der sehr, sehr gut war. Saltmore. Ja, ich glaube, ich bin bei Saltmore. Also, cheers. Gut. Die ganze Zeit, diese Milchsäure zieht sich da durch. Ich glaube, ich habe schon ein paar Mal erwähnt, es gibt manche Leute, die für Schwefel unheimlich empfindlich sind. Ich bin das irgendwie nicht, aber ich bin irgendwie für diese Milchsäure. Bin ich da, ich habe akute Wahrnehmungsstörungen dabei. Andere Leute werden das wahrscheinlich gar nicht wahrnehmen, aber bei mir geht so eine große Alarmglocke auf. Mein Control Whisky vorher war Dalvini 15, also habe ich einfach mal ganz schnell gegriffen. Das ist gut, aber es wird nicht unbedingt meine Lieblings-Whisky sein. Uh, also ich glaube, das ist auch jetzt hier fast ein Kompliment. Thousand Mountains McRaven. Es gab auch eine Olo Raven, glaube ich war das. Das war eine reine Ololoso Sherry Reifung mit einer drei bis vier, ich glaube vier bis fünf Jahre alte, das war da drin. Erinnert mich doch ein bisschen daran. Also bravo Jungs dort bei Thousand Mountains, also dort bei der Sauerländische Spezialitätsbrennerei. Ihr kommt langsam diesen Stil von der Glengarry aus meinem Gedächtnis heraus. Na, ich habe leider hier kein Sample mehr, wo ich das dann vergleichen konnte. Wir gehen hier rüber zu Glen Rothes, Masters Cut. Oh, ich muss meinen Mund einmal doch ausspülen. Denn hier habe ich eigentlich eine Sherry Bombe erwartet. Also alle hier. Aberlauer. 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 Das ist ungefähr, was ich hier erwartet habe. Ich habe den ganz bewusst nicht genommen, weil ich dachte, die Ähnlichkeit wäre sehr, sehr stark und so weiter. Also hier ist die Flasche sogar auf. Kann ich nochmal mir was auch einschenken, wenn ich will. Um nochmal zu sehen, wie eine richtige Sherry Bombe dann sich auch anfühlt und schmeckt. Wobei das hier für mich ist auch eine richtige Sherry Bombe. Also, ihr kennt mich, nicht wahr? Aha, Glas Nummer 3. Es gab neulich tatsächlich eine Person, die sagte, Jason, du mit deinen ewigen Vergleichen. Hör endlich damit auf. Ich sag, äh, nö. Mir gefällt das. Mir hilft das. Bitte hören Sie auf, denn die Kommentare zu schreiben, sondern gehen Sie woanders hin. Schauen Sie mal von mir aus. Und hier habe ich ganz bewusst auch gesagt, Whisky Gold an. Schau nochmal bitte Peter bei Whisky Turntable an. Schau mal bitte jetzt hier. Ähm, was habe ich auch noch geschrieben jetzt hier. Ähm, jetzt hier Andy bei Talking Modes. Und noch eine vierte habe ich auch noch gegeben. Ähm, einfach die viel, viel mehr an Zuschauern haben als ich. Also, muss nicht. Also, mein Stil ist leider mein Stil und das kann gut oder schlecht sein. So, wow. Also, ich habe schön ein Geschenk. Oh. Hahaha. Und ich habe keine Ahnung, welche Batch habe ich überhaupt hier. Ich habe Batch Nummer 59 und wir sind bei 60,9%. Oh, das ist eine Sherry Bombe. Da bin. Da geht mein Herz auf, tü. Also. Also. Glen Rothes, ähm, Makers Cut heißt das. Ähm, Whisky Makers Cut. Auch ein No-Age Statement muss man einfach so laut und ähm, ähm, klar sagen. Also. Creamy, Vanille, Orange, Peel und Nutmeg. Nutmeg ist für uns hier Nilton. Also. Hm. 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 Oh, am Ende kommt eine schöne, schöne. Ähm. Und es gibt eine Bitterschokolade mit einer Orangenfüllung. Und dann ein bisschen, was ich hier kriege. Hm. Ist ja gut. Also, irgendwie. Klick. Check. 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 Also, diese Sache hat mir anheimlich gut geschmeckt. Ich habe den schon dreimal im Glas gehabt. Denn jedes Mal habe ich gesagt. Hm. Oh. Der schmeckt besser, als er riecht. Und das ist süffig, gefährlich, schön. Okay. Eigentlich sollte ich hier bei der Glengarry hier sein. Denn ich habe bestimmt viele, viele Fans hier von bisher ein bisschen, nicht verärgert, ein bisschen enttäuscht. Weil ich mich so wenig denen gewidmet habe. Ähm. Es spricht mir nicht so zu. Ich werde keine weitere Flasche kaufen. Ja. Ich habe auch nie ein Sample, ein richtig gutes Sample hier gehabt. Davon, so dass ich ein Video drehen konnte. Aber jetzt habe ich die Flasche und dachte, jetzt so viele Leute haben geschwärmt. Und dachte auch. Ähh. Naja. Aber so ist das manchmal. Mein Geschmack ist nicht dein Geschmack. Und dein Geschmack ist nicht der, der von Bob, John, or Steve. Ähm. Ähm. Aber lauer. Ähm. 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 Also viel Spuck im Mund haben bei 60 plus pro Prozent. Oh, der ist gut. Ähm. Ähm. Wow, Leute. Also, wenn es wirklich ein Whisky gäbe, der ich wirklich mit auf dem Insel nehmen müsste, könnte ich mir überlegen, tatsächlich den hier mitzunehmen. Ich glaube nicht, dass es so, mein Lot 40 und den. Die beiden zusammen für welche Tage auch immer. Da bin ich wahrscheinlich hier. Ähm. Wow. Also. Hahaha. Cool. Gut. Okay. Konzentrier dich. Glenn Gehry. 15 Jahre alte. Eine Verkostung mit Beschreibung. Da hat was. Der ist auf jeden Fall vielschichtig. Hier. 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 Schokolade mit Orange. Hier. Komplex. Der hat echt was. Der ist gut. Okay. Die ganze Zeit habe ich etwas mit Menthol im Mund. Also wirklich eine Minze. Die ganze Zeit habe ich jetzt hier eine schöne, mundölige, ausfüllende Moment. Also Speichelfluss habe ich. Lecker. Ja. Der Scheri ist alt und und er kommt und er, der, der, der druckt und er unterstützt wie ein Krosett das ganze Ding hier. Aber da ist eine Malzigkeit da drin, der wirklich auch gut präsent ist. Und es kippt in diese Menthol, kippt, es dreht sich in diese Menthol Kiefer, Tannen Kiefer Moment. Ja. Der hat was. Der hat echt was. Also das ist nicht eine, also das ist kein Kindergarten Whisky. Also das ist hier für möchte gerne erkenne. Ja. Also ich bekenne mich da schuldig. Also ich muss ein bisschen hier mit arbeiten. Ich bekenne mich schuldig. Also das ist zum Saufen, also zum schönen Trinken. das ist also einfach mal zum Abend genießen und einfach mal einfach zusammen lecker. Der hier ist einfach eine zweitönige, also Cherry Alkohol und Holz. Also dreitönig. Zur Dröhnung. Aber der ist toll. Aber das Ding hier, das Ding hier hat Komplexität. Das ist hier nicht mehr Kindergarten. Das ist schon hier Fachhochschule, wenn nicht Universitätebene. was mich stört ist in der nase ich habe da tatsächlich immer noch hier diese milchsäure und mich säure moment umhüllt in eine tannenzapfen mit honig mit malz und ein bisschen milchschokolade gegenüber ihre dunkle schokolade der schmeckt besser als erricht 53,7 prozent gehen so leicht über die zunge super bravo 15 jahre alt bravo man auch im hinten da ist ein kleines bisschen bero char be ein bisschen rauch nicht nicht auch so ein kleines hauch von irgendwas da bräuchte man wirklich hier ein bisschen viel zeit um sich damit auseinanderzusetzen was man wirklich da hat also richtig also ich muss schon sagen jetzt habe ich auch einfach mal ich lache weil hier steht freshly baked and buttered hot cross buns with notes of salt and cinnamon and mixed citrus peels layered on warm dough with sweet apricots and honey glaze also das lese ich und das habe ich schon gelesen ich übersetze einmal frisch gebacken mit butter zimt wie heißt die kaiser zimt rollen wie auch immer mit noten von sultanen zimt und gemixt mit zitrusschalen auch geschichtet auf warmen teig also mit süßen aprikosen ohne eine honigglasur habe ich zwar nicht alles aber irgendwie ist das ganz toll beschrieben so es rich in full body der absolut mit raisin bräuch sugar glaze and that makes spiced orange peel leading to a long lasting finish of raisins dates and warm buttered toast hätten sie bloß nicht dieser warmen toast mit butter gesagt denn sofort habe ich diesen geschmack hier im mund schade dass ich das so gelesen habe aber mir fehlten einfach die begrifflichkeiten um diese whisky hier optimal zu beschreiben also ich glaube einfach mal sagen zu dürfen und das habe ich seit lange nicht mehr gesagt dieser whisky hat mich schachmatt gesetzt ich fühle mich heute nicht fähig dieser whisky ausreichend zu bewerten also was ich tun möchte ist ich möchte diese whisky entweder einen live stream einbauen ein oder zweimal dass ich ein bisschen zeit damit auch verbracht habe und ich habe dieses recht einfach mal den als gegner genau wie da vielleicht werde ich das hier verkosten und ich bringe einfach den grengeri 15 jahre alten dazu und dann werde ich mehr darüber sprechen auf das denn der hat was also der kriegt für mehr pauschal einen zwei also das ist eine wahnsinnige gute note preis leistung kriegt einen 3 80 euro nicht ohne ja also eins warum hast nicht gekauft zwei kaufen drei kann man kaufen vier braucht man nicht kaufen fünf warum wurde es hergestellt also geschmacklich zwei also der hat nicht was drei preis leistungen 80 euro kann man echt zweimal überlegen ob man zwei flaschen von etwas anders sich gönnt aber wenn man den noch irgendwo findet und damit immer schwieriger zu finden also muss man schauen auch meine sample liste vielleicht ich habe eine flaschenteilung laufen momentan online bei der facebook gruppe denn da ich glaube feingeister whisky.de ist das denn zu finden oder könnt mich einfach direkt anschreiben whiskyjason gmail.com auch unten in der beschreibung findet ihr auch meine sample liste so vielen dank meine frage des tages ist was haltet ihr von grengeri 15 was sind euer geschmacks notizen was ist euer erfahrung damit diese flasche wurde ich sage einfach mal hundertfach schon von leuten verkostet auch probiert dützendfach schon vorgeschlagen also ihr habt eine meinung dazu sehr viele viele von euch was sagt ihr denn zu grengeri 15 jahre alt das würde mich interessieren ich nehme das alles mal auf ich verarbeite das auch verkostet das ein paar mal weiter man sagt immer man sollte erst hier sozusagen wirklich sich ein urteil darüber lassen wie ein whisky wirklich schmeckt und wie er wirkt also das ist einfach den opening uncorking moment gewesen lecker sehr lecker kompliziert gut also whiskyjason hier aus der sicht eines amerikanischen vielen dank dass er zugeschaut hat liken abonnieren auf meine sample liste schauen ihr könnt auch denn auf dieser liste unten schauen dass er seine links zu amazon irgendwas anders kauft kauft könnt ihr kaufen das hilft und auch denn wir sehen uns jeden tag um 17.30 beziehungsweise sonntags um 21 uhr für ein livestream hier mit whiskyjason plus irgendein gast bis morgen ciao bis zum nächsten mal Vielen Dank.